Hallo zusammen, ich bin Chantal, ich bin Bootswerkwartin im vierten Lehrjahr und ich zeige euch ein bisschen etwas zu meinem Arbeitsalltag. Im Frühling und Herbst arbeiten wir viel mit Pekanen zum Boot Induswassern und mit den Drehleitern zum Meisterstellen bzw. Lecken. Ich arbeite aber auch an Toren durch den Neuboot für den Verkauf, dann GFK-Reparaturen, ich renne mal den Meister auf und noch so viel mehr. Ich kann dir wirklich jedem empfehlen, weil es einfach umgablich Spass um ein Boot zu arbeiten und es ist einfach so abwechslungsreich, dass du jeden Tag ein neues verschärfst. Falls jetzt das dein Interesse am Beruf Bordfachwart geweckt hat oder du dein Interesse schon vorher gehabt hast, dann komm doch einfach vorbei an das SwissQues in Bern im September. Wir sind mit dem Bordbauerverband und wir freuen uns auf dich.